Na hallo zusammen, hier ist wieder der Heutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg alchemistische Romanze und für diesen müssen wir die Leiche 3er todesberührter Sklaventreiber mit nur einem alchemistischen Feuer bezwingen und danach Gorak Thul im Grundsteigeranwesen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch töten. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar ruft der Boss alle paar Sekunden hier Ads. Das sind diese Ads, die wir mit einem Feuer quasi 3 auf 1 Streich bezwingen müssen. Wie läuft das Ganze hier? Und zwar müssen wir die mit diesem Feuer umbatschen, das alchemistische Feuer. Und das ist dieser Trank, der von ihm hier auf dem Boden geplaced wird und den quasi ein Spieler aufsammeln kann. Und wenn er aufgesammelt ist, kann man den werfen und damit tut man eigentlich sofort diese Diener, sobald sie sterben, verbrennen, dass er sie nicht wiederbeleben kann. Weil diese Diener, wir sehen ja immer einen Spieler an und sie zählen den. Und wenn man hier viele am Leben hat, sind irgendwann alle zählt, keine kann mehr was machen und dann war es das. Ziel ist es jetzt, immer wenn einer kommt, ihn relativ schnell umzuhauen. Dann liegt er am Boden, er wird zwar wieder gerätzt, aber er macht zumindest bis dahin nichts. Wir holen uns quasi so einen Trank, warten bis wir 3 haben. Sobald wir 3 da haben, warten wir den Retz ab, den er macht. Und dann hauen wir die sofort um, einmal Flamme drauf und können den Boss umbrezeln. Theoretisch könnt ihr, wenn ihr euch unsicher wart, hat das jetzt geklappt, das auch 2x machen. Also 2x 3 verbrennen, das ist alles kein Stress. Ihr solltet aber ein bisschen gucken, dass ihr hier eine Gruppenaufstellung habt, die zumindest ein bisschen Damage dabei hat. Das heißt, dass ihr auch, wenn ein bis zwei Spieler rausgenommen sind durch die Ads, trotzdem da noch Gegendamagen könnt und dann keine Probleme kriegt. Ihr seht gerade, ich habe jetzt auch nochmal so einen Trank aufgesammelt. Unten habe ich diesen extra Button und damit wirft man quasi drauf, kann dann auch zielen, wo das hingeht. Im Endeffekt ein sehr, sehr, sehr einfaches Achievement. Man sollte das vielleicht bloß nicht mit einer Gruppe machen, die sehr under-equipped sind. Aber zum Stand, wo ich jetzt das Video rausbringe, denke ich mal, dürften alle genug Gier haben, um diesen Erfolg relativ einfach mitzunehmen. Gut, das war es mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.